So, das ist eine Räcke, die läuft gerade ab. Mach mal ein paar laute Geräusche, dass sie aus dem Feld rausgeht. Geh weiter. Das ist noch ein weiterer Punkt, das könnte ein Kitz sein. Alles klar, ich zieh weiter. Das ist ein Kitz. Lauf mal weiter. Wir sind vor der Mahd unterwegs, um Kitzel aus den zu mähen Flächen rauszuholen. Die Kitzel ducken sich in den ersten zwei bis vier Lebenswochen und würden also vor einer Mähmaschine auch nicht flüchten. Deswegen befliegen wir das Ganze mit einer Drohnen- oder Wärmebildkamera, um die Kitzel zu detektieren, also zu finden und dann rauszunehmen aus den Flächen, damit die Landwirte die Mahd vollziehen können. Stopp! Jetzt drehst du einmal 180 Grad. Zwei Schritte vor. Noch einen Schritt, da läuft was weg, das ist ein Kitz. Zwei Schritte vor.